Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Das ist jetzt die dritte diese Woche. Ja, Montag die Eilmeldung zur Quest 2. Und gestern die normale Weekly News, sag ich mal, und heute die 5.1er-Version. Also es ist eine Ergänzung zu gestern, weil die Ereignisse sich echt überschlagen und es immer wieder neue News gibt. Also da muss man echt dranbleiben. Diese Woche wird ein bisschen News-lastiger als Gameplays. Also Gameplay würde ich gerne sehr wahrscheinlich Freitagabend nochmal im Livestream machen. Überlege ich noch, was ich da mache. Ja Leute, aber während ich die Aufnahmen hier mache, kam sogar noch ein Abo rein. Und ja, wir sind jetzt bei 917 Abonnenten. Also erstmal vielen, vielen Dank an alle Leute, die mich schon so lange jetzt unterstützen, supporten. Die immer wieder in die Kommentare schreiben, die mir Likes auf meine Videos geben. Und eventuell sogar die Tweets von Twitter da retweeten und so weiter und so fort. Und mich so toll unterstützen. Vielen, vielen Dank. Auch für die netten Kommentare. Also da kamen echt wieder Kommentare, wo man echt Bock hat, weiterzumachen, weiter Gas zu geben. Also das motiviert so tierisch. Und ja, danke dafür. Da waren Kommentare dabei, die von alten Bekannten dabei waren, die mich echt seit der ersten Stunde supporten. Aber auch ein paar neue Namen waren dabei. Also vielen, vielen Dank Leute. Danke für den Support. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich diese Woche nochmal auf 917 Abonnenten komme. Also ja, also wenn ich dieses Jahr auf 1000 komme, also freue ich mich mega und dann habe ich echt mein Ziel erreicht. Kann ich nicht alleine schaffen, kann ich nur mit eurer Hilfe schaffen. Also unterstützt mich weiterhin. Kommentare sind mega wichtig. Likes sind mega wichtig. Wiedergabezeit ist super wichtig für mein Ranking, damit der Kanal weiter wachsen kann und ja, weiter im Ranking hochkommt. Ja, das schaffe ich nur mit eurer Hilfe. Also erstmal vielen Dank für die Vergangenheit und eventuell noch für die Zukunft. Also danke dafür. Und ja, bei 1000 Abonnenten wird es definitiv erstmal den 12-Runden Thrill of the Fight Livestream geben, wo ich mich dann wirklich anstrengen muss, den durchzustehen. Und dann gibt es mit Sicherheit nochmal den einen oder anderen oder einen Party-Livestream, wo ich mit euch ein bisschen feiere, die 1000 Abonnenten. Vielleicht kann man das ein oder andere Glas Alkohol dann auch genießen, wer weiß. Ja, auf jeden Fall Dankeschön dafür und jetzt kommen wir zu den News und zwar gab es wieder einen Leak. Heute ist ja die Facebook-Connect, heute Abend, ich glaube ab 19 Uhr geht es los. Ich muss schauen, ob ich heute einen Livestream starten kann, Leute. Ich habe ab nächster Woche Urlaub und ich muss so viel vorbereiten noch und ja, eventuell, ich muss gucken, ob ich es spontan schaffe. Aber diese News wollte ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben. Von daher diese schnelle Aufnahme hier. Ja, ein spanisches Magazin hat jetzt rausgegeben, es gab einen Leak von Ubisoft und ja, die schicken ihre zwei Riesenmarken ins VR-Rennen und zwar Splinter Cell mit Sam Fischer und dann Assassin's Creed. Und ja, das in VR, Leute, wie geil ist das denn? Also Half-Life Alyx hatten wir, Mixed Air hat jetzt noch gesagt, ja, Walking Dead, Saints and Sinner. Das sind ja Namen und Spiele, wo wir sagen, das sind wirkliche AAA-Titel. Und natürlich gibt es ein paar Indie-Perlen noch dazu, aber VR braucht große Namen und ja, Splinter Cell und Assassin's Creed, mega geil. Also ich freue mich drauf. Da gehen wir gleich mal auf die News-Seite. Dann habe ich noch eine kleine Hardware-News. Das Unternehmen Realmax Q1, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, startet jetzt eine Kickstarter-Kampagne für eine neue AR-Brille. Die soll wohl ein Field-of-View von 100 Grad haben, also man soll auch wirklich 100 Grad Hand-Tracking haben und auch Sichtfeld haben. Also schon mal ein bisschen mehr als oder das Doppelte mehr als die HoloLens hat, also auch schon mal eine gute Nachricht. Da gehen wir auch kurz auf die News-Seite drauf und ja, jetzt mein kleines Intro und danach geht es los mit Ubisoft VR. Ja Leute, da sind wir. Leak, Assassin's Creed VR und Splinter Cell VR werden heute angekündigt auf der Facebook-Connect und werden mit Sicherheit auch Exklusiv-Titel, davon können wir ausgehen. Ja, hier Mix.de schreibt, wie oft jammern VR-Intusisten, die tollen Inhalte für VR fehlen. Grandiose Produktionen wie Half-Life Alyx, The Walking Dead, Saints & Sinners waren in diesem Jahr Mangelware. Ja, aber da muss man echt auch sagen, es gibt so viele kleine Indie-Perlen, die auch mega viel Spaß machen. Hellsplit zum Beispiel, mega geiler Titel. Klar, ist keine mega Story, aber das Spiel macht einfach mega viel Spaß und da wird es demnächst auch ein neues Video davon geben von mir. Guckt einfach mal auf meinen Kanal Hellsplit, falls ihr das Game noch nicht kennt, richtig gut, aber da gibt es so viele andere Sachen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu von meinen Lieblings-Indie-Titeln und ja, dann bekommen wir sogar noch Medal of Honor, das wissen wir ja alle. Aber ja, interessanterweise war damals schon von Assassin's Creed und Splinter Cell die Rede. Und da muss man echt Ubisoft Danke sagen, dass die sich jetzt so wirklich fokussiert haben auf VR und uns die großen Namen für VR spendieren. Und da bin ich mal gespannt, ob es auch für die Quest dann rauskommt, für die Quest 2 oder das würde aber jetzt nicht passen zu dem Karton, den wir gestern gesehen haben, den ich mir in meiner News-Sendung gezeigt habe. Da war keine Rede von Assassin's Creed oder Splinter Cell, von daher gehe ich erstmal davon aus, dass das momentan erstmal PC-Titel werden und dann natürlich auch mit dem Oculus Link gezockt werden können. Ah, hier schreien die auch noch was dazu. Interessant wird die Frage, für welche VR-Brillen diese Spiele kommen werden. Facebook wird heute Abend den ersten großen Leak dieser Woche zufolge die Quest 2 ankündigen, ja, mit XR2-Chip, 4K-Auflösung, den besseren Touch-Controllern und ja, es wäre möglich, dass die Oculus Quest 2 vorerst nicht in Deutschland verkauft wird, bis Datenschutzbedenken deutscher Behörden ausgeräumt werden können. Ja, damit müssen wir natürlich auch noch rechnen, dass uns da dieser Stein in den Weg gelegt wird. Aber da man ja immer wieder gesagt hat, von Facebook-Seiten aus haben die gesagt, sie verkaufen die Brillen erst erstmal nicht mehr. Die haben die international komplett aus dem Handel genommen, die Quest und von daher können wir ausgehen, ja, dass die Quest 2 danach in die Regale wandern wird. Und ja, es ist eine Frage der Zeit, bis dann wirklich die Quest 2 auch hier verfügbar sein wird. Also, das größte Problem ist doch momentan, dass zwei Konten zusammengeführt werden, warum die Datenschutzbehörden da jetzt Palawa machen und Stress machen. Und ja, Oculus und Facebook werden vereint. Das ist in Deutschland nicht so einfach wie vielleicht in anderen Ländern, da kenne ich die Regeln nicht. Und ja, da die Quest 2 eh nur mit Facebook-Account spielbar sein wird, sehe ich da jetzt momentan kein Problem, dass die Quest 2 hier in Deutschland Einzug hält. Von daher nagelt mich nicht darauf fest, aber ich habe keine Bedenken, dass die jetzt hier nicht verkauft wird. Okay, was haben wir sonst noch? Ubisoft scheint auch künftig weiter auf VR setzen zu wollen. Ja, cool. Und ja, Far Cry Dive into Insanity habe ich ja gestern auch angekündigt für die Arcade-Hallen. Und ja, aber hier steht auch noch, Ubisoft stockt sein VR-Team auf und baut unter anderem in Düsseldorf entsprechende Teams auf. Also, geile News meiner Meinung nach für uns VR-Fans da draußen, dass so ein großer Konzern-Publisher da auf VR setzt und da auch seine Zukunft jetzt sieht. Kann nur gut sein für uns und ja, dass sowas dann auch in Düsseldorf gemacht wird, noch cooler. Wäre cool, wenn auch mal kleine Kanäle wie meiner von Ubisoft dann auch unterstützt werden und auch Keys bekommen. Das wäre nice. Ist leider nicht so einfach. Ich habe erst gestern von einem Entwickler gehört, da habe ich einen Key angefragt zum Testen. Denn die haben mir 100.000 Abonnenten als Grenze genannt, damit man Test-Keys bekommt, um Review-Videos zu machen. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Also, die leben weit weg von der Realität, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt hier den Namen nicht nennen. Aber 100.000 hat kein deutscher VR-YouTuber. Ja, ja, Voodoo nicht, Sebastian nicht und ja, von daher einfach lächerlich. Die haben natürlich andere Grenzen. Die sehen Amerika oder englischsprachige Kanäle und haben sich da die Grenze gesetzt. Aber gut, ist halt so. Muss man mit leben. Aber ich als kleiner Kanal kann mir nicht jedes Spiel kaufen, um euch die zu zeigen. Kann mir nicht jede Brille kaufen, um die euch zu zeigen. Da fehlt mir echt das Geld zu und ja, wie ihr auch immer seht, die Laufschrift, ihr könnt spenden. Kann ich nicht oft genug sagen. Also, jeder Cent würde da definitiv in die Hardware gehen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Könnt ihr das gerne machen. Wenn nicht, ist es auch okay. Ich mache das hier nur just for fun. Aber natürlich würde ich gerne mehr Hardware auf meinem Kanal auch euch vorstellen. Und ja, ich muss in der Realität leben und ich kann mir nicht jedes Jahr alle Brillen kaufen. Ich kann mir nicht jedes Jahr einen neuen Rechner kaufen, eine neue Grafik hat für 1500 Euro oder so. Und ja, ich habe einen normalen Job, normales Einkommen, sage ich mal. Und demnach muss man auch leben und man darf da nicht in irgendwelche Fantasiewelten abdriften und alles kaufen und dann seine Realität wirklich verlieren. Und das ist natürlich dann, ja, Haus, was man bezahlen muss und was man sich als Zukunft aufbaut. Das darf man dann nicht wegschmeißen dafür, nur für den YouTube-Kanal zu pushen, sage ich mal. Also, da muss ich Realität vorsetzen vor allem anderen, auch wenn mir das ja mega viel Spaß macht. Also, ansonsten würde ich gar nicht so viel Zeit da reinsetzen. Alleine gestern habe ich echt bestimmt sechs Stunden vorm PC gebracht, bis ich die ganzen News hatte und alles abgedreht hatte mit Videobearbeitung und so weiter und so fort. Also, da steckt echt viel Arbeit drin und das sollte auch jeder sehen, auch in den Thumbnails steckt viel Arbeit drin. Und das ist so viel und, ja, aber ich sehe in den Abonnentenzahlen, das wird gerechtfertigt, meine Arbeit, deshalb macht mir das umso mehr Spaß. Ja, aber ich habe jetzt schon viel zu viel geredet, ich wollte eigentlich nur eine kurze News-Sendung machen. Aber es gibt ja immer diese Timestamps und in den Beschreibungen, wenn ihr einfach von Thema zu Thema springen wollt, die sind da angegeben, wann es losgeht mit dem Thema und dann springt ihr einfach weiter und könnt nur euch die interessanten News anschauen. Ja, jetzt gehen wir zu Realmax Q1, zur AR-Brille. Also, los geht's. Realmax Q1, AR-Brille mit weitem Sichtfeld bei Kickstarter. Ja, die Kickstarter-Page ist auch online, die schauen wir uns gleich definitiv auch mal an. Gehen wir mal ganz kurz auf die News von mix.de ein. Und ja, hier haben wir den Link zu der Kickstarter-Kampagne. Die AR-Brille gibt es im günstigsten Fall für 420 Euro. Und wer AR-Fan ist, der sollte sich das definitiv mal angucken, vielleicht ist das was für euch. Ich habe ja gestern schon mal erwähnt, ich finde AR cool, aber ich sehe da noch momentan keinen Mehrwert für mich jetzt selber. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und für 420 Euro ist natürlich auch ein guter Preis, sage ich mal. Aber Kickstarter ist halt immer so eine Sache. Also, man gibt sein Geld, weiß natürlich nicht, ob man überhaupt was bekommt und was man im Endeffekt bekommt. Die können natürlich viel vorstellen und schreiben. Aber ob das dann wirklich der Fall ist, man geht da halt ein Risiko ein. Das muss man natürlich auch wissen. Also, die Brille soll ein weites Sichtfeld bieten von rund 100 Grad. Raum- und Handtracking unterstützen, sowie via USB-C 3.1 kompatibel sein mit XR-Controllern wie Nolo oder Ultraleap. Hier sehen wir dann auch nochmal die Verlinkungen. Ja, da gibt es auch noch gleich zwei Videos, die gucken wir uns natürlich auch mal an. Und ja, im Qiyan-Prototyp steckt ein Snapdragon 835, der auf zwei Full-HD-Displays rendert. Ob es dann das fertige Produkt eventuell einen besseren Snapdragon bekommt, vielleicht auch ein XR2, weiß man natürlich nicht. Standardmäßig fungiert die Qiyan-Brille als AR-Gerät. Deckt man die transparenten Brillengläser jedoch mit Linsenklappen ab, soll Qiyan als VR-Brille sogar per drahtlos Streaming bei SteamVR laufen. Ja, natürlich auch cool. Hierfür werden allerdings die zuvor erwähnten Nolo-Controller benötigt, sonst fehlt die Eingabemöglichkeit. Die AR-Erfahrungen mit Qiyan sind sozial teilbar. Dafür braucht es dann freilich mehrere Qiyan-Brillen, die im gleichen WLAN hängen. Aqua hat eine Kapazität von 6000 mAh, ist natürlich auch schon ordentlich, soll im Betrieb rund fünf Stunden durchhalten, was auch nicht schlecht ist. WiFi, Bluetooth, GPS und Sprachsteuerung sind ebenfalls integriert. Ja, also coole Brille, würde ich sagen. Also von den Spezifikationen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, gucken wir uns mal ganz kurz, bevor wir die Videos nochmal anschauen, die Kickstarter-Kampagne an. Und hier sehen wir uns, 25.000 Euro erreicht. Und wie viel wollen die haben? Achso, die wollen 25.324 Dollar erreichen und haben 28.308 Euro, nicht Dollar. Man kann es hier umwechseln. Dann haben wir Hongkong-Dollar, aber das sind Euro. Und ja, die haben ihr Ziel schon erreicht. Und hier sprechen die von 120 Grad Ultra-Wide Field of View. Und ja, zuvor war noch von 100 Grad die Rede. Ah, hier steht was. Standalone Headset with a Field of View of surpassing 100 Degrees. Horizontales Field of View ist 107 und das Vertikale ist 53 Degrees. Also Diagonal-Field of View ist 119 Degrees, wie wir es hier sehen. Ja, ist ja schon mal ordentlich. Also komplettes Hand-Tracking, ne? Ist natürlich auch cool, wie bei der Quest. Und ja, hier ist wirklich, da bleibt auch der 835er Snap-Dragon drin. Der schon in der Quest auch verbaut ist. Einglas-kompatibel ist natürlich auch mega wichtig, wie viele Leute, wie ich, tragen eine Brille, ne? Also sollte natürlich auch möglich sein. Aber ich habe eben irgendwas gelesen, es soll auch möglich sein, da Korrekturlinsen dann wirklich irgendwie irgendwann einzubauen. Wie von VR-Optiker zum Beispiel. Ja, 120 Grad ist super. Oh, da kann man echt nicht meckern. Sechs Degrees of Freedom Tracking. Das ist natürlich auch cool, ne? Wenn diese Funktionen sind, da sind wir dann fast wie bei, auch wie dieser Film nochmal, mit Tom Cruise. Ich komme jetzt gar nicht drauf, aber da fing es ja eigentlich mit an, ne? Wie er da alles per Handbefehle, Monitore sich irgendwo hinzog und so weiter und so fort. Hier haben wir dann auch nochmal eine kleine Übersicht. GPS-Sensor, WiFi, Lichtsensor. Der Akku ist austauschbar. Hier haben wir Kameras drin. Also man müsste das mal anhalten können, das wäre eigentlich cool. Ja, das ist der AR-VR-Switch, so nennen die das. Also man legt einfach Plastik davor, klemmt es ein und dann ist alles wahrscheinlich dann dunkel. Man bekommt kein Licht mehr von vornherein und so kann man dann den VR-Modus nutzen. Ja, coole Idee. Wenn es gut funktioniert, warum nicht? Ja, so kann man dann den Fernseher gucken. Ich habe mir gestern schon vorgestellt, wie das denn aussehen würde. Da habe ich ja Netflix AR vorgestellt. Und natürlich, wenn es cool aussieht, kann man sich eine riesen Leinwand einfach in den Raum reinziehen und kann damit dann Netflix und Co. genießen. Ja, Brillenglas freundlich. Ja, und soll wohl angenehm zu tragen sein. High-Performance-Chip. Okay, jetzt gibt es natürlich mit den XR2 einen viel, viel besseren, aber der ist natürlich auch noch viel, viel teurer. Hier haben wir die 5 Stunden Laufleistung und 100 Stunden im Standby. Hier haben wir das Hand-Tracking nochmal, ne? Was für AR-Brillen ja noch fast viel wichtiger ist als für VR-Brillen. In VR habe ich dafür noch keinen wirklichen Nutzen festgestellt bei Quest. Also da fehlt es mir noch ein bisschen. An Support auch. Cloud-XR-App, ja. Da sind wir dann irgendwann eventuell mal beim Streaming-Dienst, ne? Ja, eigentlich guckt euch die Seite an, wenn das für euch was ist. Also hier gibt es echt, die haben hier mega viele Informationen drin. Und hier haben sie nochmal mit SteamVR, ne? Dass man das damit verknüpfen kann. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die zwei Videos an, die die da auch rausgehauen haben. Hier steht Soon on Kickstarter. Und ja, schauen wir mal ganz kurz rein. Hier haben wir so kleine Apps. Ist nur in 720p, das Video. Da haben wir so ein kleines Aquarium, sag ich mal. Okay, der spielt jetzt einfach ohne Controller, zeigt seine Hände und schießt dann irgendwo drauf, um irgendwas einzusammeln. Ja, jetzt nichts Großartiges, ne? Muss man sagen. Qualität, Videoqualität ist jetzt auch nicht so gut, um da wirklich was zu sehen. Aber ist reingefilmt, ne? Also ist jetzt nichts gestreamtes auf irgendeinem PC, wie ich mein Gameplay immer aufnehme, sondern ist wirklich da reingefilmt. Und dafür sieht es echt cool aus, muss man sagen. Aber das ist jetzt so eine Anwendung, die ich natürlich auch nie spielen würde. Also das ist dann eher was für Kinder oder so. Da kann man sich die Fische dann größer ziehen, wie ich jetzt sehe. Okay, jetzt habe ich das erst so wirklich erkannt. Oder festhalten. Ach, die kommen dann näher. Okay. Ja gut. Ist jetzt nichts Besonderes, aber da hören wir Ballgesang dann, wenn man auf den drauf schießt. Okay. Gehen wir mal zum nächsten Video. Ist auch wieder so ein kleines, kleines Video von denen. Was sehr laut ist. Das ist nur in 360p verfügbar. Also noch kleiner. Da sieht es aus, ob sie so ein Multiplayer-Game jetzt haben mit mehreren Realmex-Brillen. Damit war jetzt nicht wirklich viel zu sehen. Aber da auf der anderen Seite sieht man halt wirklich, dass da jemand steht. Da kann man es erahnen. Ja, hier steht es auch Multiplayer-Game. So ist es natürlich auch cool, wenn man dann einfach so in einer größeren Halle ist oder draußen ist und kann dann ein Multiplayer-Game mit noch jemandem zocken. Ist natürlich cool. Da fehlt es natürlich auch noch an guten Anwendungen. Aber warum nicht? Ja, Leute. Das war es eigentlich mit der News heute. Ist wieder länger geworden, als ich wollte. Aber ja, ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wenn ich auch schon mal ein bisschen ausschweife, wenn euch es stört, gerne in die Kommentare. Wenn euch es gefällt, gerne in die Kommentare. Also ja, wie ich eben schon erwähnt habe, Kommentare sind mega wichtig für meinen Kanal, fürs Ranking. Und ja, Likes sind mega wichtig, Wiedergabezeit sind wichtig für meinen Kanal, um den weiter zu pushen. Und ja, ich kann mich nicht oft genug bedanken an euch. Ja, vielen Dank für euer Support und ja, nehmt mir nicht übel, wenn ich nächste Woche halt sehr wenig Content raushaue, da ich dann in Urlaub sein werde und ich weiß nicht, wie viel Content ich noch produzieren kann. Also, habt Mitleid mit mir. Aber danach, wenn die Akkus wieder voll sind, dann gibt es wieder Content ohne Ende und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Da kommt mit Sicherheit das eine oder andere coole Event noch dazu. Ja, Leute, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschalten. Like raus, Abo-Button nicht vergessen und ich habe gestern erst noch gelesen, da hat jemand die Glocke vergessen zu drücken. Also Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt, neue Livestreams gibt und ja, also haut auf die Glocke und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020